Für Schmitz Cargobull haben Innovation und Technik schon immer einen hohen Stellenwert gehabt. Die Firma konnte sich stets neu erfinden, um so in der Branche ganz vorne zu bleiben. Heute ist der Trailerhersteller für seine Smart Trailer und das Telematics-Portal in Europa und darüber hinaus bekannt. Jetzt kommt im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung eine weitere App hinzu. Im Takt mit Impuls der Zeit. Wie entstand die App und wie löst sie die Herausforderungen eines immer anspruchsvolleren Geschäftsalltages? Cargobull Telematics Trailer Connect steht für höchste Datenqualität, Zuverlässigkeit und Information in Echtzeit. Für unsere Kunden war es wichtig, auch außerhalb des Büros Zugriff auf ihre Daten und ihre Trailerflotte zu erhalten, um im Fall der Fälle möglichst schnell auf ein ungeplantes Ereignis oder einen Alarm reagieren zu können. In der Logistik ist die Koordinierung der Fahrzeuge von zentraler Bedeutung. Oft werden zwar genügend Daten gesammelt, doch diese sind dann erst am Computer einsehbar. Entsprechend werden Entscheidungen oft verzögert getroffen. Unsere Kunden brauchen in der nächsten Zeit die wichtige Informationen zu ihrer Flotte. Sie wollen ihre Fahrzeuge beobachten und sofort informiert sein, ob ein Fahrzeug ein Problem hat und wo es ist. Deshalb ist unsere Schmitz Cargobull Telematics im Betrieb. Auch unsere Kunden, die oft unterwegs sind, brauchen Zugang zu wichtigen Daten. Deswegen haben wir die Be-Up-to-Date-App entwickelt. Wir nutzen die Be-Up-to-Date-App von Schmitz Cargobull, weil sie uns mobil komplette Transparenz liefert. Sowohl über die gesamte Flotte als auch über die einzelnen Fahrzeuge. Und das in Echtzeit. Aus funktioneller Sicht wussten die Kollegen von Schmitz Cargobull genau, wie die App funktionieren sollte und was genau die zukünftigen Nutzer erwarten. Unser Ziel war es also, die Funktionalitäten so einfach und übersichtlich wie möglich in der App zu gestalten. Von den ersten Skizzen bis zu den letzten Tagen der Entwicklung war es sehr wichtig, stets vorauszudenken und das Layout offen und flexibel zu halten. Egal wo man ist, im Büro oder unterwegs, man muss nur die App aufmachen und mit einem Klick sieht man die allerwichtigste Infos. Temperaturen am Aufleger, Tourstatus, Position und mehr. Eine wichtige Aufgabe erfüllt für uns die Benachrichtigungsfunktion. So können wir schnell reagieren und Entscheidungen treffen. Dank agiler Arbeitsmethodik konnte die App in einem Zeitraum von nur zehn Wochen entwickelt werden. Sie wurde im Laufe der Zeit um neue Funktionalitäten erweitert. Zusammen mit unserem Partner PGS Software haben wir in kürzester Zeit die BeUpToDate-App für unsere Kunden entwickelt. Wir sind mit der Entwicklung im März 2019 gestartet und konnten bereits drei Monate später, im Juni 2019, die erste funktionsfähige Version der App veröffentlichen. Seitdem haben wir zusammen mit PGS Software, aber insbesondere auch mit unseren Kunden, die App stetig weiterentwickelt. Das heißt, wir haben den aktuellen Entwicklungsstand jeweils mit unseren Kunden durchgesprochen, haben ihr Feedback dazu eingeholt und haben sie gefragt, welche weiteren Funktionen sie sich in der App wünschen. Die Übersicht zeigt alle Fahrzeuge der Flotte an, sowie eine frei einstellbare Auswahl an Metriken in Form von Symbolen. Per Daumentipp bekommt man Einblick auf den Status aller Metriken eines einzelnen Fahrzeuges. Die Echtzeitposition aller Fahrzeuge ist auf Google Maps einsehbar. Die App ist eine benutzerzentrierte Lösung, ein Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit Schmitz Cargobull. Endkunden können schnell und flexibel eine Vorschau der wichtigsten Funktionen bekommen. Im Zuge der Standardisierung unter dem Motto 100% smart im Kühlkoffer wollen wir unseren Kunden helfen, die Kühlkette sicher und nachvollziehbar zu gestalten. Natürlich arbeiten wir weiterhin an dieser App, werden sie optimieren und verbessern und diese Anwendung ist für unsere Kunden auch kostenlos. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.